Was hat der denn an? Es kommt gar nichts hier, oder wie? Ah, da bist du ja! Da hab ich ihn gerade gesehen. Die fiesen Kreaturen da drin haben die Kreditkarte meines Stats geklaut. Hilf mir sie zurückzukriegen. Die größten Verführungskräfte der Girls bin ich machtlos. Ich kann da nicht allein rein. Bist du dabei? Dann los! Geh du vor! Bist du dabei? Na dann los! Was? Los, das ist unsere Chance! Ich sieh dir auch gleich. Hi, willkommen im Raisin, Schnucki. Nur eine Person? Da! Das Kind hat Porsche und Mercedes verfrügelt! Und das Kind ist da, um die Kreditkarte meines Stats zurückzuholen, ihr dickmusigen Diebenen. Du hast uns die Kreditkarte gegeben, weil du nämlich mit uns wrestlen wolltest. Stimmt nicht! Ich wollte bloß gehen! Und warum hast du dann gesagt, Moment, Girls, ich komm gleich mit der Kreditkarte von meinem Dad zurück? Keine Männchen mehr! Herr mit der Karte, sonst gibt es! Äh, da! Gibt's hier ein Problem, Girls? Oh, gleich gibt's eins! Raisins Girls, sammeln! Die anderen Gäste sind totale Vermehrer, aber du bist echt cool! Wow, echt? Absolut süßig! Kennt ihr schon meine Hauptfreundin? Dass sie mir ja keiner antatscht! Das ging schnell! Bestellt ihr Süßen! Ich mach euch selber eine Traumfrau! Du schaffst das! Hey, hey, lass diese Ladies gefälligst in Ruhe! Nö? Nicht die Mädels belästigen Und ich dachte, Drachen werden schwul Schön, dich vom Gegenteil überzeugen zu können Wer sagt, du hast mich überzeugt? Moskite zu schlagen, um den Zauber zu brechen, wird ihn wahrscheinlich töten Omega Crash extra! Hallo! Ich wollte mich sowieso nicht bewegen Alles in Ordnung? Super! Hey! Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt Scheiße gelaufen, Neuer Moskite auf Blutjagt! Lass meinen Schatz in Ruhe! Hau rein, Neuer! Hau rein, Neuer! Das habe ich kaum gesehen Die Schweine gehören mir Nicht blinzeln, Human-Kite! Es ist Crack-Zeit! Ich meine, Super-Crack-Zeit! Ich hab was für dich! Hau! Oh, nein! Scheiß! Hau! Hey Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Was? Schika-Infekt! Die wichtigste 29. Wahlzeit des Tages! Mach sie fertig, Schatzsack! Witzig! Ihr steht alle im Weg! Ich kann nichts machen! Ich geh nach hinten erstmal! Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kites gleich! Kinderspiel? Also los! Ich hab genug vor dem Kack! Ja, ein Treffer reicht für ein Homerun! Meine Sektenklasse startklar! Friss nun weg! Oh! Vorsicht, Kumpel! Die Seuchenschutzbehörde brauchen wir nicht auch noch am Arsch! Los, Wunderarsch! Oh! 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 atemalmuseum Nee, muss ich sagen! Co pop! Ich sag mal auch für dich, Alter! Ich muss sagen, da brennt ein bisschen Zorn in mir! Heilung! Danke mal! Oh! Bin ich dran? Deine Schläge, Sorge für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Superbreak. Perfekt zum Trinken. Richtig, Mann. Online-Gott-Raisen-First, die haben uns voll abgefertigt. Okay, Mädels, jetzt reißen wir diesen Haseln in ihre A-Löcher auf. Iiiiih! Wollt ihr nach der Trachtbrüche... Nein. Freuen sie nicht. Zug verweigert! Hau sie weg, Neuer! Das ist der. Mein Saubgrüssel steht offen vor, Staunen! Alter, du übertreibst brutal! Oh ja. Oh mein Gott, alles tut weh und ich sterbe! Wow, hier unten lebt noch jemand? Ich bin dran. Gute Aktion, Supercrank! Gut. Fett dich, Mann, das war episch! Unfair! Noch einmal Raising Skirts. Wer hätte gedacht, dass Brennen so wehtut? Was? Hey, ihr Süßen, ich hoffe, ihr habt Spaß. Immer noch in Flammen, immer noch Kacke. Mit nem Loch. Ich nehm meine Blutprobe. Alter, mach mal halb lang. Ich geh zurück. So toll, dass ihr da seid. Nein, ich bin... Nimm das, Tissi! Jetzt bin ich sogar verliebt. Gerade ich? Humankeit ist startbereit! Oh. Brauch ich gar nicht so weit weg. Es gibt krasse Bräunungsstreifen. Gute Neuigkeiten, ich bin dran. Mega-Faust-Pacharoo. Oh. Und ein Schurke weniger, der Ärger machen kann. Noch nicht. Ach, dafür wirst du teuer bezahlen. Seit wann ist Raisins Girls verbrennen in? Ich hab übrigens voll in dein Essen geschwuckt. Gut, es brennt. Ich gönne mir ein bisschen Blut. Ich glaub, es verstößt gegen das Kriegsrecht. Ein frischer Wind zieht auf. Oh, ich zieh dich glatt nicht mal auf. Wohlbekommst! Wieder dabei! Bin ich schon am Zug? Okay. Sie ist weg. Wir sind nicht sauer, Schnuckis. Kommt bald wieder! Okay, machen wir. Okay, ihr Bitches. Nur ihr und ich. Oh, Moment. Ich hab wen mitgebracht. Ich mach dich nicht an. Wer hat hier eine Trachtsprügel gesteckt? Krügel drauf, bis es nicht mehr geht. Krügel drauf, bis es nicht mehr geht. Ich muss mir die Zähne putzen. Sofort! Jetzt mach ich ein Stückchen zurück. Das da. Entschuldigung. Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren. Ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt... Weil eigentlich ist er danach tot. Lohnt sich das? Ja. Versuch's bei mir nicht auf die harte Tour. Jetzt ist das Problem. An mir ist viel lieb zu haben. Jetzt ist er tot. Ich fress dich auf. Schade, dass es mit uns nicht geklappt hat. Jetzt muss ich den ganzen Tag kotze, riechen und brennen. Bin ich endlich dran? Danke. Du hast noch Frontangriffe. Aber ich kann sie zurückschlagen. Sorry, kein Interesse. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung zieht gerne vor. Wie, jemand postet jetzt ein Bild von mir auf Kunststagramm. Ihr seid nur neidisch auf unser junges Glück. So behandelt man doch keine Dame. Halbe Portionen wie dich verputze ich zum Frühstück. Ich vermöbel dich wie meine Mama, meinen Daddy, Schnucki. Es ist Blut. Im Ernst, für dich noch einen Schluck, wer mir platze ich? Was ist das denn für eine Fähigkeit? Sehr befriedigt. Oh, Blutpuppe B, du bist sicher ein echter Partyhengst. Was ist mal doof, wenn er halt nicht da? Direkt steht. Darauf trinke ich! Ich weiß nicht, was das ist mit den Lungen. Das reicht trotzdem. Sie kommt jetzt dichter. So lange, wie es geht, mache ich das jetzt noch. Ich kann aber nur einen Schritt machen. Wer tut einem Raisinskill sowas an? Jetzt kommt es 1% noch. Boah, Alter. Du hast gewonnen. Hier ist sie. Jetzt macht mein Dad mich nicht mehr zur Sau. Die muss zurück in seine Kommode. Ist das nicht gut? Wir haben gewonnen. Na ja. Du bist der Beste. Ich hab's da hinten gesehen. Das macht so Spaß! Wir sollten öfter Selbstjustiz üben. Nach Freaks wie dir haben wir gesucht. Ich aber nicht. Wo willst du hin? Wir haben ein Date! Guck mal, kann ich jetzt eigentlich da hinten hin? Gesperrt natürlich! Sicher, Diggi.